Vor der Beerdigung von Queen Elizabeth II haben König Carles III, Prinzessin Anne, Prinz Edward und Prinz William vor der Westminster Abbei in London salutiert. Prinz Harry stand ebenfalls in der Formation mit seinem Vater, Bruder, Tante und Onkeln. Doch während seine Familienmitglieder der Königin zu ehren, eine Hand an die Kopfbedeckung hielten, ließen der Herzog von Sussex und sein Onkel Prinz Andreef die Hände unten. Warum? Es liegt an den geänderten Rollen der beiden Prinzen. Der Salut ist ein militärischer Brauch, mit dem ein Soldat einem vorgesetzten Respekt zollt. Mit seinem Rücktritt als Ranghoher Royal verabschiedete sich Prinz Harry auch von seiner Uniform und den militärischen Gepflogenheiten. Aus diesem Grund konnte der ehemalige Armee-Offizier nicht neben seinen Familienmitgliedern salutieren. Prinz Andreef war nach seiner Verwicklung in den Epstein-Skandal in Ungnade gefallen und musste ebenfalls von seinen Ämtern zurücktreten. Aus diesem Grund waren beide Prinzen anders als die anderen engen Familienmitglieder auch nicht in Militäruniform zum Staatsbegräbnis erschienen. Einzig bei der Totenwache der royalen Enkel am Sonntag am Sarg der Königin hatte König Kares seinem Sohn erlaubt, seine Militäruniform zu tragen. Gleiches galt für Prinz Andreef am Freitagabend, als dieser zusammen mit den Kindern der Queen Totenwache hielt. Prinz Andreef